Mein Bruder, meine Schwester, wichtig ist, dass du deinen Tag nicht wegfaulenzt. Dass du sitzt und dich selber sagst, ey, was mache ich heute? Was mache ich morgen? Ich weiß nicht, was zu tun. Diese Sache darf gar nicht erst entstehen. Du musst beschäftigt sein. Beschäftigung lässt den Schätan von dir weg. Wenn du dich nicht beschäftigst, wird der Schätan sich mit dir beschäftigen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Die meisten kriegen das nicht hin, weil die sich nicht beschäftigen. Die sitzen und denken darüber nach. Und wenn die dann nicht mehr weiterwissen, dann nehmen sie das Handy in die Hand und gucken sich eine Story nach der anderen, ein Reel nach dem anderen, ein Short nach dem nächsten. Und wenn das auch, weil die sagen, ja, aber ich gucke nicht Schlimmes, ich gucke nur islamischen Content oder sowas, guckst du gar nicht hin. Du bist nur Zeit am Vertreiben. Dann lieb dir lieber Zeit. Mach dir Ziele selber. Gestalte deinen Tag, indem du sagst, okay, ich werde jetzt strukturiert lernen. Ich gehe einen Weg und lerne strukturiert. Ich werde strukturiert den Koran lesen. Ich werde das machen und dies tun. Dann gib dir Sachen. Ich werde Sport machen, ich werde dies machen. Ein Muslim muss sein Alltag gestalten können. Es geht nicht, dass der Tag ist. Warum? Weil du nicht weißt, ob du den nächsten Tag noch da bist.